Wenn du Pferde liebst und wenn du gerne Menschen hilfst, dann ist das Coaching mit Pferden genau das Richtige für dich. Es spart Zeit, weil wir direkt auf den Punkt arbeiten. Dir wird niemals langweilig werden, weil kein Coaching gleicht dem anderen und du bist niemals allein, weil du immer dein Pferd, deinen Partner an deiner Seite hast. Und aus über 15.000 Coachings, also aus dieser Erfahrung, weiß ich, dass das Coaching mit Pferden lebensverändernd ist. Nicht nur für deine Klienten, sondern auch für dich als Mensch. Ich kann es eigentlich in einem Wort zusammenfassen, es ist Weltenverändernd. Also meine ganze Welt hat sich verändert und ich werde das in die Welt nach außen tragen. Mein Name ist Franziska Müller und seitdem ich mit Pferden arbeite, führe ich endlich ein gesundes, glückliches und auch erfülltes Leben. Ja und zu meinen Ausbildungen kommen Menschen, die endlich sie selbst sein wollen und die endlich das tun wollen, was sie lieben. Nämlich mit der Hilfe von Pferden Menschen helfen. Du erhältst während der Ausbildung ganz bewährte Coaching-Techniken, mit denen ich schon Olympiateilnehmer gecoacht habe. Du coacht während der Ausbildung mit vielen unterschiedlichen Pferden, sodass du hinterher völlig frei und unabhängig mit jedem Pferd dieser Welt coachen kannst. In der Ausbildung zeige ich dir, wie du deine ganz eigene Kreativität, deine eigene Individualität mit ins Coaching einfließen lässt, sodass du immer authentisch sein kannst und du bekommst Leitfäden, mit denen du dich ganz, ganz sicher fühlst. Und aus dem Bereich Marketing zeige ich dir, was du tun kannst, damit deine Wunschkunden dich finden. Ich habe nur ein Ziel während der Ausbildung. Dich innerhalb von vier Tagen dahin zu bringen, dass du hinterher sagst, hey wow, ich kann's. Ich kann jetzt Menschen mit der Hilfe von Pferden coachen und ich werde das auch tun. Und deshalb habe ich das Mental-Emotion-Effekt-Konzept erfunden. Hier wird nichts in die Länge gezogen, sondern wir arbeiten auf dem Punkt genau. Und zwar nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Das heißt, fachlich wirst du alles lernen, was du brauchst, um hinterher Menschen, sei es Unternehmen, sei es Privatpersonen, Kinder, mit wem auch immer du arbeiten willst, dass du wirklich direkt hinterher durchstarten kannst. Und auch du persönlich wirst dich innerhalb dieser Ausbildung, innerhalb von vier Tagen so sehr weiterentwickeln, dass du dich hinterher wahrscheinlich gar nicht mehr wiedererkennen wirst. So wirst du durchstarten. Also das Erste, was mich wirklich überzeugt hat, ist das Standing, mit dem die Franziska diesen Kurs leitet. Und die Überzeugung, die sie hat zu dem, was sie tut, die so unerschütterlich ist, dass man einfach nur davon ausgehen kann, dass es geht. Das fand ich total super. Und das Andere ist, dass sie mit so einer Großzügigkeit und Freigebigkeit alles hergibt, was sie hat. Also ihre ganzen Tools, ihre ganzen Erkenntnisse, gute Storys. Das ist so reichhaltig. Das fand ich wirklich beeindruckend, dass jemand so auspackt auch. Ja, in ein bisschen alle, in die kleinste Kleinigkeit und auf jede Frage dann wirklich so eine Antwort gibt, wo man denkt, ja, das meint sie wirklich so oder das macht sie echt so. Das fand ich besonders beeindruckend. Ja, und natürlich ist es ein Komplettpaket. Also ich denke mal, ich mache jetzt sowas schon, kann vieles davon trotzdem in meine Arbeit einfügen. Aber ich glaube, wenn jemand ganz von vorne anfängt mit Coaching, dann ist es ein super Gesamtpaket. Also da kann man wirklich mit einsteigen. Und das hätte ich vorher nicht gedacht bei vier Tagen, dass es sowas gibt. Zu mir kommen mittlerweile viele Menschen, die eigene Gaben haben, ja, die zum Beispiel mit Tieren kommunizieren können, die Dinge spüren, die andere Menschen vielleicht nicht spüren. Ich zeige dir, wie du sie in dein Coaching integrieren kannst, sodass du dich noch, ja, dass du dich noch freier fühlst und endlich das ausleben kannst, was dich ausmacht. Wenn du zu mir kommen willst in die Ausbildung, sind so ein paar Sachen ganz wichtig. Nämlich, dass du Erfahrung mit Pferden hast, weil das kann ich dir innerhalb von so kurzer Zeit nicht beibringen, dass du empathisch bist, dass Menschen gerne auf dich zukommen, dass sie um deinen Rat bitten, dass du Menschen helfen willst, ist klar, dass du Menschen magst und dass du Pferde liebst, setze ich voraus, weil sonst würdest du dir das Video nicht anschauen. Und dass du bereit bist, ja, vielleicht auf deine eigene Komfortzone so ein bisschen zu verlassen, damit du während der Ausbildung selber eigene Schritte gehst und spürst, wie sich das Coaching mit Pferden anfühlt, damit du diese Emotionen spürst, damit du die Intensität begreifst, ja, sodass du hinterher genau das mit deinen Klienten machen kannst.